Hallo zusammen, ich bin's, euer Relix. Und ich habe eine tolle Nachricht für euch. Es ist endlich soweit und ihr alle könnt euch ab sofort für das neue MMORPG Terrace Land vorregistrieren. Bald geht es also los mit dem neuen Abenteuer. Nach dem letzten Beta-Test bin ich sehr gespannt, wieder in dieses Spiel zurückzukehren. Es hat sich nämlich vieles verändert und verbessert. Bald könnt ihr auch kostenlos starten und müsst euch eigentlich nur noch eine Frage stellen. Mit welcher Klasse startet ihr? Ich für meinen Teil habe mich für den Schattenschwertkämpfer entschieden. Er ist blitzschnell und fordert mich mit seinem actionreichen Spielstil heraus. Es wird wichtig sein, das Schlachtfeld genau im Auge zu behalten, meine Angriffe gezielt auszuführen und mich dabei möglichst wenig treffen zu lassen. Wenn ich alles richtig mache, haben die Monster also keine Chance und ich genieße meinen Triumph mit tollen Moves und Effekten. Terrace Land bietet für nahezu jeden Spielertyp eine ansprechende Option. Mir gefällt es besonders, dass dieses MMORPG auch Dungeons und Raids für solche Spieler bieten will, die sonst immer vor dieser Art von Content zurückgeschreckt sind. Also, probiere es einfach mal aus und registriere dich direkt für den Start. Du hast nichts zu verlieren, oder? Ja. Du hast'cspanne.